Der Squad einfach nur, Simon hat in der Unterwäsche, Chris hat nicht für bessere Sachen an, also dann so das Gewehr und das andersfarbige Scope oben drauf. Total die zusammengewürfte Ausrüstung. Läuft doch, Alter. Jörg denkt sich so, fuck off, Alter, rennt erst mal 80 Meter weiter rechts. Ja, ich muss mich ja von euch distanzieren. Ja, Mann. Ich gehör mich zu denen. Ja, bitte, euch will ich nicht gesehen werden. Was machen wir, wenn wir landet sind? Weiß nicht, erst mal. Ein Gebäude rein. Rüde da rechts. Landebahn ist gleich vorbei, ja? Oh, da ist ein Zammack. Da ist so eine Lampen, oder? Alter, warum hüpft der so? Wird doch nicht langsamer. Okay, wir lenken jetzt. Was macht das? Was macht das, Alter? Was macht das, Alter? Der ist einfach nicht langsamer geworden. Immer weiter gehoppelt. In den Medik-Tabinen hier in der Base hat das kein Loot drin, oder? Oh, da war's. Oh, da war's. Oh, da war's. Oh, da war's. Ah, jetzt ist er kaputt. Er ist gestorben. Was war das? Nice. Ich hab ne HE-Granate geworfen, statt Smoke. Wer ist genau? Ja, ich hab nehm... ja ja warte mal gut okay der hat raketenwaffe gehabt ja klar bleib mal da sehr gay war das 1300 meter steht jetzt ein auto das kann ich direkt instant verkaufen und kurz cash machen ja nach dem server restart spawn dann ja immer die fahrzeuge neue die jetzt zum beispiel zerstört wurden oder sonst irgendwas okay das sieht kaputt aus ich jetzt umsonst hierher gelaufen ane manchmal ploppt es da noch so auf im letzten moment und das repariert bitte sei einfach offen einfach so es ist doch kaputt es ist nicht kaputt what the fuck ist das hier die defi shipment okay es ist extrem buggy dieses okay vergiss es alle aussteigen aussteigen das ist nicht cool was hier abläuft ich fahr jetzt als erstes zu runter hier ob deine habe ein was ist das der ist am hambi der wird nicht überfahren ja der geht hin der ist am hambi der wird einsteigen und wegfahren haben wir dann weg oder was ja ich bin komplett drüber gefahren wie kann er das denn überleben er fährt in die stadt runter das steht unten hat ihn da steht vielleicht ist er kaputt jetzt steht am hambi ich mag hier ist ja auf der karte links von dir ich habe es auf der karte markiert genau die position der liegt da der looted sich selbst und mich irgendwie das sind jetzt steigte vielleicht wieder ein jeder looted jetzt sind haben wir jetzt steigt ein fährt weg schon Raketen wieder vom start ich bin fast tot hast du ding was was ja 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 ja